So, zu jedem Stück gehört eine kleine Story. Wir hören als erstes Le Thème. Es war so, ich wurde beauftragt zu einem Musiktermin, das ist etwa 30 Jahre her. Der Wirt kommt hergelaufen, als ich schon aufgebaut hatte, eine große Orgel mit einer großen Stärkeranlage, halb drei Meter weiter hinten. Dann kam ich hinter dem Vorhang zum Stehen und vor dem Vorhang war Varieté und ich habe dann mal so links und rechts mich rumgebräugt und bin fast vom Stuhl gefallen beim Spielen und vor dem Vorhang war ja ein Striptease. Ob diese Frau, die den Büstenhalter da abgelegt hatte, damals sehr schön oder nicht so schön, das weiß ich heute nicht mehr. Allerdings das Genre hat gestimmt und von seitdem kann ich das Stück Je Thème spielen. Je veux, je veux, je. Contre-T, Rhin. Wörtlich übersetzt, ich liebe das. Ich spiele noch ein paar andere Reihen, das ist ein 16er, Beat. Das passt ganz gut. Imagine, A Wider Shade of Pain, Ballade du Radlin, Feelings und zum Schluss diese Winnetou Melodie. Gäubert D Amen. You mentioned all the peepons, You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one, I hope someday you'll join us, And the world is one. You may say I'm a dreamer, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020